das hier sind sherry tomaten und das fruchtfleisch ist dunkelviolett und solche tomaten sind ab 2024 erhältlich sie haben einen hohen anteil an antioxidantien und anthocyanin die normalerweise in früchten wie blaubeeren und brombeeren vorkommen und die gepflückten tomaten halten in deiner obschale doppelt so lange wie die anderen tomaten moin hier ist tim vom kleberhof und das hier sind die neuen super tomaten oder in dem video von uns alles über tomaten da haben wir die farben der tomaten vorgestellt und zwar sehr genau die kombination von fruchtfleisch und schale in der schale kann zum beispiel anthocyanin eine bläuliche färbung hervorrufen unter einem kommentar beim video standard drin das ist das auch bald in zukunft im fruchtfleisch gibt und jetzt wird richtig krass haltet euch fest diese tomate gibt es als samenfeste sorte und als gentechnisch veränderte variante freu dich auf ein spektakuläres video wo wir dir diese beiden sorten einmal vorstellen werden violette tomaten gab das früher schon das aber eher so rotbraunes helles violett und ando cyanine sind da auch nicht drin hier zum beispiel die purple kalabasch und selbst wenn wir die ursprünglich violetten sorten im dunkeln betrachten bekommen wir nicht das krasse violett der neuen sorten hin bevor wir jetzt zu diesen unglaublichen tomaten kommen machen mit einer einleitung denn die ist sehr wichtig für dieses video und wir gehen sehr weit zurück es fing an in den 1960er jahren und das ist die entstehung der indigo rosé der blue osu eine tomatensorte gezüchtet an der oregon state university da wurden erstmals kultivierte tomaten mit wildarten aus chile und den galapagos inseln gekreuzt und einige der wildsorten enthielten anthocyanine in den früchten 2012 wurde diese neue tomate nun vorgestellt und sie schmeckte gut das anthocyanin ist aber nur eine außenschale und nicht vergleichbar mit der konzentration in der blaubeere das sind samenfeste sorten und die haben den tomatenmarkt weltweit regelrecht erobert ja und genau das marktverhalten ist auch der grund dafür dass das jetzt in die nächste phase geht das hat mich vorher keiner für möglich gehalten dass die schwarzen tomaten genauso beliebt werden die roten tomaten ja und auch wir züchten damit hier zum beispiel die märchenwald der züchtung von uns und statt der üblichen zwei antogene hat sie drei ja die sorten werden antotomaten genannt und nahezu alle antotomaten stammen von der indigo rosea das andogen in den tomaten gibt es also erst seit 2012 und es gibt schon die ersten alten antosorten und das ist natürlich falsch ein gutes beispiel dafür ist die slivka german habe ich heute auf einer internetseite gelesen die slivka german soll seit 13 jahren stabil bei einer tomatenbäuerin in russland wachsen wir rechnen mal kurz nach selbst wenn die sorte sofort stabil war müsste sie 2008 gekreuzt haben und zu der zeit gab das noch gar keine sorte mit einem antogen hier noch mal eine antosorte vom kleberhof von uns und die ist natürlich nicht seit 13 jahren stabil das ist die märchenengel und bei dieser sorte ist das antogen eher weniger ausgeprägt und für 2024 haben wir diese sorte in vorbereitung und da ist der anteil an anthocyanin in der schale sehr stark ausgeprägt so wir schauen uns mal die purple galaxy an das ist die samenfeste sorte mit anthocyanin im fruchtfleisch eine zufällige mutation aus einem tomatenbestand die erzeuger vermuten eine höhere konzentration an antioxidantien über die haltbarkeit haben sie bisher noch keine angaben gemacht sie soll sehr süß sein mit einer leichten würze gefolgt von einem tiefen fruchtigen abgang 60 bis 140 gramm schwer auf den bildern habe ich aber eher den eindruck dass sie so eine cocktail tomate mit 20 bis 30 gramm ist und so sieht die tomate in etwa aus dass es ein nachgestelltes bild von mir von deren internetseite so und das war jetzt alles über die samenfeste sorte kommen wir jetzt zur purple tomato die purple tomato ist die zweite gentechnisch veränderte tomate in den usa die zugelassen wurde die erste war die saver flavor tomate aus dem jahr 1994 saver flavor bedeutet so viel wie geschmackskonservierende tomate umgangssprachlich auch antimatsch tomate das implantierte gehen sorgte dafür dass die tomaten länger reifen und dadurch mehr aromastoffe bilden sie ist allerdings schnell vom markt verschwunden es fanden sich kaum käufer und das hatte viele gründe die damalige verpackungsindustrie war nicht auf reife tomaten eingestellt viele kunden lehnen gentechnisch veränderte lebensmittel ab und die pflanzen hat noch schlechte resistenz eigenschaften und auch die beworbenen eigenschaften wurden nicht zufriedenstellend erfüllt begehen man das gewächshaus von professorin kathy martin in norfolk england das ist jetzt die gentechnisch veränderte variante und die gene die das anthocyanin im fruchtfleisch der tomate ausgelöst haben kamen vom löwenmäulchen wir sind zwar wissenschafts affin aber die grüne gentechnik lehnen wir ab warum das so ist das haben wir oben verlinkt haben wir ein tolles video drüber gemacht da kannst du auch noch mal draufklicken wenn dich das thema interessiert wenn du wissen willst warum die fronten hier so verhärtet sind da habe ich unten in der beschreibung noch mal ein video das heißt das wahre problem der grünen gentechnik da könnt ihr auch noch mal draufklicken wenn euch das thema interessiert und die vermarktung der purple tomato ist typisch für die industrie so die sorte soll antioxidantien in konzentration von heidelbeeren oder brombeeren haben die haben da versuche gemacht im bereich der krebsforschung und die sind auch in ordnung du kannst aber auch gleich blaubeeren essen und musst nicht zu dieser super tomate greifen an dieser stelle bitte nicht falsch verstehen wir würden auch mit den eigenschaften werbung machen aber nicht in diesem sinne es ist kein game changer und die eigenschaft ist auch nicht broken einzelne lebensmittel die unter superfoods laufen können zu einer abwechslungsreichen ernährung beitragen dass sie aber vor krankheiten wie krebs schützen entbehrt jeder wissenschaftlichen grundlage aus urheberrechtlichen gründen habe ich hier eine foto montage von meinem eigenen foto gemacht wie ihr seht aber es kommt dem original sehr sehr nahe so kommen wir noch mal zu unserer samen festen sorte der purple galaxy und wir hoffen einmal nicht dass diese sorte die beiden gene von dem löwenmäulchen hat sondern die gene von den wildsorten aus südamerika das werden wir im laufe dieses jahres erfahren und dann wird das auch ein neues video von uns über die gentechnik geben und das auch noch mit einer neuen technologie unterstützt uns mit einem abo wir sind ein demeterhof und machen auf diesem kanal abstecher in die wissenschaft es hält sich ja immer noch wackern vorurteil dass die demeter leute homöopathische esoteriker sind und mit wissenschaft nichts am hut haben und das stimmt natürlich nicht ich zitiere mal das wissenschaftsmagazin mit technology reviews und da heißt es die landwirtschaft nach dem biodynamischen prinzipien des demeter verbandes ist beim erhalt der wichtigen humus schicht nicht nur dem konventionellen chemischen ackerbau überlegen sondern auch dem üblichen bio anbau so 2024 in den usa allerdings ist die samenfeste sorte bei uns in den shop kommt dauert das allerdings noch ein paar jahre wir bedanken uns wie immer fürs zuschauen dein kleberhof team